Sie betreiben Ihre Produkte an Geschäftskunden über einen Online-Shop? Dann fragen Sie sich bestimmt auch, wie zufrieden sind unsere Kunden mit unserem Online-Auftritt? Wie performt unser Online-Auftritt im B2B-Wettbewerbsvergleich? Wo sind die Stellschrauben zur Optimierung unseres Online-Vertriebs? Wir vom ECC Köln helfen Ihnen unter anderem diese Fragen zu beantworten. Wir stellen Ihnen einen programmierten Fragebogen kostenfrei zur Verfügung, den Sie beispielsweise als Pop-up ganz einfach auf Ihrer Website einbinden können. Wir werten die Daten für Sie aus und Sie erhalten von uns in regelmäßigen Abständen Berichte über Ihre Performance, die Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsrate und Wiederkaufsabsicht und das auch im Zeitverlauf. Außerdem erfahren Sie, wie Sie im Vergleich zu anderen B2B-Shops abschneiden. Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch vertiefende Kennzahlen. Vergleichen Sie sich beispielsweise mit Ihrer Branche oder den Top-Performern im B2B. Erhalten Sie detaillierte Auswertungen, mit welchen Stellschrauben Sie Ihren Online-Vertrieb optimieren können. Mit dem Digital B2B-Benchmarking-Tool vom ECC Köln lassen Sie Ihre Kunden zu Wort kommen und erhalten gleichzeitig eine kontinuierliche Wasserstandsmeldung zu Ihrem Abschneiden im Wettbewerbsvergleich. Sie sind ECC-Club-Mitglied oder IFH-Förderer? Dann profitieren Sie ganz besonders, denn bis Ende 2019 können Sie sich noch kostenfrei für das Tool anmelden. Weitere Infos erhalten Sie unter ifhköln.de slash b2b minus benchmarking.